Uns sind alle gleich viel wert. Der kleine Arbeiter, die kleine Arbeiterin, klein im Sinne von wenig Einkommen. Pensionistinnen und Pensionisten bedanke ich mich aber auch ganz aufrichtig, dass sich sehr viele prominente Menschen in Österreich für diese Initiative für Werner Feinmann zur Verfügung gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, dass viele von Ihnen auch dann im Nachspann unter Anführungszeichen, wenn man in der FIPS-Sprache bleibt, wenn nicht so bedroht, aber zumindest gefragt werden, warum sie das tun. Das ist bis zur Mutter von David Alaba gegangen, die sich für uns eingesetzt hat. Ihr kennt den Fußballer, der mit diesem How to you do vom Tiroler Hausabgang begrüßt wurde, der sehr gut ist für Österreich. Aber ich möchte mich jetzt verzetteln. Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die auch...